Kim Basinger, eine Schauspielerin, die in den 1980er und 1990er Jahren das Publikum begeisterte, steht heute vor einer Reihe schwieriger Herausforderungen, obwohl sie in der Vergangenheit große Erfolge erzielt hat. Infolge einer Reihe illegaler Investitionen, die sie in den Konkurs getrieben haben, ist ihre einst glänzende und vielversprechende Schauspielkarriere schwer beschädigt worden. Die heute 70-jährige Schauspielerin hat mit erheblichen psychischen Problemen zu kämpfen, die auf ihren langjährigen Kampf mit finanziellen Problemen zurückzuführen sind. Ihre Schilderung, wie sie alles verlor, was sie hatte, und wie sie ein Leben nach dem Konkursantrag führte, zeigt eine komplizierte Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Kim Basingers Leben, ihre Gesundheit, ihr Ruhm und ihr Bankrott werden in diesem Artikel ausführlich beschrieben. Frühes Leben und Modeln Am 8. Dezember 1953 wurde Kim Basinger in der Stadt Athens, Georgia geboren. Ihr Vater, Donald Wade Basinger, war ein talentierter Big-Band-Pianist und Kreditmanager mit einer militärischen Vergangenheit, die ihn als Soldat der US-Armee am D-Day in der Normandy landen ließ. Ihre Mutter, Anne Lee, war ein vielseitiges Genie, das sich in den Ruhm des Modelns, der Schauspielerei und des Schwimmens hüllte. Auch ihre Mutter war eine Schwimmerin. Ihre Eltern waren nicht die einzigen, die eine Geschichte des kreativen Ausdrucks hatten. Es war ein roter Faden, der sich durch ihren Familienstammbaum zog und die vielen Zweige ihrer Abstammung verbannt, zu denen Engländer, Deutsche, Schotten und Ulsterschotten gehörten. Kims zwei ältere Brüder, Skip und Mick, sowie ihre beiden jüngeren Schwestern, Barbara und Ashley, verkörperten im Laufe ihres Lebens ein breites Spektrum an kulturellen Einflüssen. Kims gesamte Kindheit verbrachte sie in der grünen Landschaft Georgias, wo sie nach den Grundsätzen der methodistischen Religion erzogen wurde. Andererseits kam der angehende Hollywood-Star nicht in jeder Situation gut zurecht. Ein Charakterzug, der einen langen Schatten auf ihre prägenden Jahre warf, war ihre ausgeprägte Schüchternheit, die sie als ihre bestimmende Eigenschaft bezeichnete. Ihre Nervosität war so groß, dass sie bei der bloßen Vorstellung vor der Klasse zu sprechen völlig ohnmächtig wurde. Unter diesem Mantel des Schreckens verbarg sich eine Fähigkeit, die sich gerade erst zu entwickeln begann. Als Basinger drei Jahre alt war, begann sie ihr Abenteuer in der Welt des Balletts. Um sich auszudrücken, nutzt sie ihre anmutigen Bewegungen und exquisiten Pirouetten als Leinwand. Als sie Mitte 20 war, vollzog sie eine Veränderung. Nachdem sie versucht hatte, der Cheerleader-Truppe der Schule beizutreten, entdeckte das schüchterne junge Mädchen ihre Stimme und gewann das Selbstvertrauen, dies zu tun. Dies war ein wichtiger Wendepunkt, ein Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstvertrauen. Als sie 17 Jahre alt war, nahm sie an der Wahl zur America's Junior Miss Scholarship teil. Aufgrund ihres Erfolges auf Stadtteilebene wurde ihr der Titel der Athens Junior Miss verliehen. Obwohl sie auf Landesebene nicht als Siegerin hervorging, wurde ihr Charisma anerkannt. Sie wurde das Gesicht des Breck-Stipendiums und trat in einem Werbespot mit ihrer Mutter auf. Ihre engelsgleiche Schönheit wurde im nationalen Programm hervorgehoben und sie wurde das Gesicht des Stipendiums. An der Weggabelung wurde Basinger ein Modelvertrag mit der renommierten Ford Modeling Agency angeboten. Sie entschied sich jedoch für eine andere Richtung und gab den Verlockungen des Gesangs und der Schauspielerei nach, anstatt das durchaus attraktive Angebot anzunehmen. Während ihrer Zeit an der University of Georgia konnte sie ihre kreativen Ambitionen in die Tat umsetzen. Die Anziehungskraft des Models hingegen zog sie zurück nach New York und brachte sie direkt in die Umarmung der Ford-Model-Familie. Ihre Traurigkeit konnte durch die Verlockung eines Tagesgehalts von 1,0 Dollar nicht verdeckt werden. Sie räumte ein, dass es eine Herausforderung war, nicht nur von einer Buchung zur nächsten zu gehen, sondern auch immer mit meinem Aussehen zurechtkommen zu müssen. Sie erklärte, dass es sehr schwierig war, von einer Buchung zur anderen zu gehen und immer mit meinem Auftreten zurechtzukommen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Es schien, als würde ich an nichts ersticken. Selbst in der glamourösen Welt des Modelns, in der die meisten Menschen sich an ihrem Aussehen erfreuten, war Kim ein eigenartiges Individuum. Es verunsicherte sie, in den Spiegel zu schauen, was viele Menschen tun, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Trotzdem war ihr der Erfolg nicht fremd. Ihre ätherische Schönheit war auf den Titelseiten von Zeitschriften zu sehen und ihr Bild war auf dem Cover des ersten Albums der Band Survivor zu sehen. Ihr Aussehen wurde untrennbar mit der Shampoo-Marke Breck verbunden, die ein Symbol der frühen 1970er Jahre war. Ihr Leben wurde zu einem heiklen Tanz, da sie ständig zwischen dem Laufsteg und den Schauspielkursen am örtlichen Theater hin und her pendelte. Gleichzeitig begann sie, eine Karriere als Sängerin zu verfolgen und trug mit ihrer Stimme zu der lebhaften Stimmung in den Bars von Greenwich Village B.I. Die Karriere nimmt Fahrt auf. Nach einer erfolgreichen vierjährigen Karriere als Covergirl beschloss Kim Basinger 1976, ihre Karriere zu ändern. Sie verabschiedete sich vom Model-Business und wandte sich dem pulsierenden Los Angeles zu, um eine Karriere als Schauspielerin anzustreben. Für sie war dies ein wichtiger Meilenstein, da sie von den Hochglanzseiten der Zeitschriften bis hin zur schnelllebigen Welt des Fernsehens und des Films ist alles faszinierend. In der Anfangsphase ihrer Karriere hatte Basinger denkwürdige Gastauftritte in einer Reihe von beliebten Fernsehkomödien, darunter Macmillan & Wife und Charlie's Angels. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass sie eine wiederkehrende Rolle in der späteren Serie ablehnte, sodass Cheryl Ladd die Hauptrolle übernehmen konnte. Diese frühen Auftritte im Fernsehen legten den Grundstein für eine bemerkenswerte Schauspielkarriere, die später weiter aufblühen sollte. Einer der bedeutendsten Momente ihrer Schauspielkarriere war die Hauptrolle in dem Fernsehfilm Katie, Portrait of a Centerfold, der 1978 veröffentlicht wurde. In dieser Produktion spielt Basinger die Rolle eines Mädchens aus einer Kleinstadt, das den Ehrgeiz hat, ein berühmtes Centerfold für ein Männermagazin zu werden. Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als sie auf dem Cover des Magazins berühmt wird. In dieser Rolle konnte Basinger ihre Flexibilität unter Beweis stellen und den Grundstein für ihre Entwicklung als Schauspielerin legen, die in der Lage ist, sich in einer Vielzahl von Persönlichkeiten und Themen zurechtzufinden. In der zweiten Hälfte der 1970er und in den frühen 1980er Jahren wurde Basinger durch ihre Arbeit in Fernsehserien bekannt. Im Jahr 1979 spielte sie zusammen mit Natalie Wood, William Devane und Steve Railsback in der Miniserie From Here to Eternity. Sie hatte auch eine Nebenrolle in dem Film. Ihre Fähigkeit, ihren Figuren im Laufe einer langen Geschichte Tiefe und Raffinesse zu verleihen, stellte sie im folgenden Jahr unter Beweis, als sie ihre Rolle als Laurene Rogers in einem aus 13 Episoden bestehenden Spin-off erneut spielte. Ohne sich von der mangelnden Bekanntheit des Films abschrecken zu lassen, gab sie ihr Debüt auf der großen Leinwand in dem ländlichen Drama Hard Country, das zwar positive Kritiken erhielt, aber nicht die Anerkennung fand, die es verdiente. Im Laufe seiner Karriere spielte Basinger in einer Reihe von Filmen mit, darunter in dem Outdoor-Abenteuer Mother Lode, bei dem kein Geringerer als Charlton Heston Regie führte. Weltweite Berühmtheit. Kim Basingers Reise durch das Labyrinth von Hollywoods Glanz und Glamour nahm 1981 eine unerwartete Wendung. Ein Wendepunkt war, dass sie die Seiten des Playboy zierte, ein gewagter Akt, der erst 1983 zu sehen sein sollte. Diese absichtlich verzögerte Enthüllung, eine Meisterleistung der Werbung, diente als Katalysator für ihren Durchbruch als Bond-Girl Domino Pitacci in Never Say Never Again. Basingers Leistung, die sie sich mit dem legendären Sean Connery teilte, wurde von Gary Arnold von der Washington Post gelobt, der sie als üppige Schwester von Liv Ullman mit unwiderstehlichem Charme beschrieb. Der Film spielte an den weltweiten Kinokassen 160 Millionen Dollar ein. Die Auswirkungen ihres Playboy-Auftritts reichten von Hochglanzmagazinen bis hin zu echten Jobchancen. Eine solche Chance ergab sich in Barry Levinson's The Natural, in dem Basinger das romantische Interesse eines von Robert Redford gespielten Baseballstars spielte. Ihre Darstellung zog nicht nur das Publikum in ihren Bann, sondern brachte ihr auch eine Nominierung für den Golden Globe als beste Nebendarstellerin ein, was ihr aufkeimendes Talent bewies. Danach wurde Basinger zur Muse des erfolgreichen Regisseurs Blake Edwards und spielte in zwei seiner Filme mit. In The Man Who Loved Women spielte sie die attraktive Frau eines texanischen Millionärs und in Blind Date eine scheinbar bescheidene Frau, die sich mit einem arbeitssüchtigen Mann verabredet. Eine andere Branchenlegende, Robert Altman, besetzte Basinger in Fool for Love mit einer Frau, die in einem alten Motel Zuflucht vor einem früheren Liebhaber sucht. Der Höhepunkt von Basingers Karriere kam jedoch 1986 mit Adrian Lyons Kontroversum und sinnlichem Liebesdrama Nine and a Half Weeks. Basinger spielte eine Angestellte einer New Yorker Kunstgalerie, die eine kurze, aber intensive Affäre mit einem mysteriösen Wall-Street-Mäkler hatte, der Mickey Rourke gegenüberstand. Trotz der lauwarmen Reaktionen in Nordamerika wurde der Film in Europa, insbesondere in Frankreich, enthusiastisch gelobt. Roger Ebert lobte Basingers Leistung, nannte Parallelen zum Klassiker Letzter Tango in Paris und lobte sie dafür, dass sie eine erotische Spannung erzeugt, die überzeugend, kompliziert und sinnlich ist. Basinger wurde von dem mit dem Oscar ausgezeichneten Drehbuchautor und Regisseur Robert Benton für die Rolle einer leicht schwangeren Frau besetzt, die sich in Nadine in Gefahr begibt. Obwohl verschiedene Filme aus dieser Ära unterschiedlich erfolgreich waren, fungierten sie alle als Sprungbrett und festigten Basingers Position als vielseitige und versierte Schauspielerin. Tim Burton's Batman aus dem Jahr 1989 markierte den Höhepunkt ihrer Karriere an den Kinokassen. In diesem Film, in dem auch Michael Keaton als Batman und Jack Nicholson als Joker auftraten, spielte Basinger die Fotografin Vicky Vale. In seiner Originalbesprechung hob The Hollywood Reporter die ausgeprägte Seele des Films hervor und schrieb einen Großteil seiner Brillanz Michael Keatons und Kim Basingers fein gezeichneten und eindringlichen Darstellungen zu. Nach dem Erfolg von Batman übernahm Kim Basinger eine Reihe von Rollen, in denen sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellte. In der Komödie The Marrying Man spielte sie eine hinreißende Sängerin an der Seite von Alec Baldwin und brachte damit einen Hauch von Leichtigkeit in ihr Repertoire. Kurz darauf gab sie ihr Debüt im Neo-Noir-Genre mit Final Analysis, indem sie an der Seite von Richard Gare eine Frau spielte, die eine Beziehung mit dem Psychiater ihrer Schwester hat. Trotz ihrer filmischen Attraktivität hatten beide Filme nur mäßigen Erfolg an den Kinokassen. Basinger weitete ihren künstlerischen Horizont aus. Neben der Schauspielerei wirkte sie als Sängerin an einer neu aufgenommenen Version von Shake Your Head mit, einem Musikprojekt, an dem auch Ozzy Osbourne beteiligt war und das gleichzeitig die britischen Top 5 erreichte. In dem Film Cool World, wie I dem Ralph Bakshi Regie führte, spielte sie eine Cartoon-Bombe, die sich danach sehnt, eine echte Frau zu werden. Dieser Animationsfilm eröffnete eine neue Phase in Basingers Karriere und zeigte ihre Bereitschaft, mit alternativen Erzähl- und Darstellungstechniken zu experimentieren. In dem übernatürlichen Thriller Charlie St. Cloud spielt Kim Basinger eine Mutter, deren Sohn, gespielt von Zac Efron, mit einem Gelübde kämpft, das er seinem verstorbenen Geschwisterkind gegeben hat. Im Januar 2020 arbeitet Basinger an einem bahnbrechenden Projekt mit Peter Bogdanovic. Sie arbeiten gemeinsam an Lit Project 2 Flux, einem Kurzfilm, der einen Präzedenzfall schafft, indem er im Ethereum-Netzwerk als nicht fungibles Token verfügbar gemacht wird. Dieses einzigartige filmische Projekt demonstrierte nicht nur Basingers kontinuierliches Engagement für die Erkundung neuer Grenzen des Geschichtenerzählens, sondern warf auch ein Schlaglicht auf die sich verändernde Welt der digitalen Kunst und des Filmvertriebs. Beziehungen Schon vor der Gründung von The Limelight erforschte Kim Basinger das Reich der Beziehungen und entwickelte ein Kunstwerk aus Verbindungen, das die zahlreichen Wurzeln in ihrem Leben widerspiegelt. Am 12. Oktober 1980 heiratete Basinger einen anderen Maskenbildner namens Ron Snyder-Britain, den sie B.I. der Arbeit am Set von Hard Country kennengelernt hatte. Basinger hingegen litt zu dieser Zeit an Agoraphobie, was für ihn eine große Herausforderung darstellte. Nach einer Panikattacke, die sie in einem Bioladen hatte, war sie sechs Monate lang an ihr Haus gefesselt. Die Ehe mit Snyder-Britain, der später den Nachnamen Britten annahm, endete wenige Tage vor Weihnachten des Jahres 1989. Die Ehe wurde geschieden und die Parteien einigten sich darauf, acht Jahre lang Unterhalt in Höhe von 90 Dollar pro Monat zu zahlen. Nachdem einige Zeit vergangen war, schrieb Britten ein Buch mit dem Titel Longer Than Forever Länger als für immer, das von ihrer Romanze und ihrer Affäre mit Richard Gere handelt. An der Seite ihres Co-Stars in den Filmen No Mercy und Final Analysis verstrickten sich Basingers romantische Beziehungen in eine Vielzahl von Aspekten ihres Lebens während der Zeit, in der sie sich von ihrer vorherigen Ehe löste. Dazu gehören romantische Beziehungen mit dem Friseur und Produzenten John Peters, sowie eine kurze Zusammenarbeit mit dem Sänger Prince, dessen musikalische Talente auf der Batman-Platte zu hören waren, und die Entstehung ihres Albums Hollywood Affair, das erst 1989 veröffentlicht wurde. Auch der Personaltrainer Phil Walsh und der Modedesigner Alexio Gandara waren für kurze Zeit dabei. Im Jahr 1990 lernte Basinger bei der Arbeit am Set von The Marrying Man zufällig Alec Baldwin kennen. Aus dieser Verbindung entwickelte sich schließlich eine Ehe, die am 19. August 1993 geschlossen wurde. Mit dem Erscheinen der Verfilmung von The Getaway im Jahr 1994 fand ihre Partnerschaft ihren Weg auf die große Leinwand. In einer 1998 ausgestrahlten Folge von The Simpsons traten die beiden sogar in Zeichentrickform auf. Am 23. Oktober 1995 wurde Irland ihre Tochter Mitglied der Familie. Ende 2000 trennten sich die Wege des Paares, was schließlich im September 2002 zu einer Scheidung führte. Nach dem Ende ihrer Ehe mit Baldwin wurde Basinger eine romantische Beziehung zu Eminem nachgesagt, der auch als Co-Star in dem Film Achtmal zu sehen war. Der Rapper bestritt jedoch vehement eine solche Verwicklung. Es gab eine Zeit, in der Basinger keine romantischen Beziehungen einging, bis sie 2014 begann mit Mitch Stone auszugehen. Ihr Hairstylist Stone ist auch ihr Geschäftspartner. Stone ist auch ihr Geschäftspartner. Ihre Geschichte begann sich zu entwickeln, als sie dabei entdeckt wurden, wie sie unter demselben Dach lebten und Goldringe trugen, die einander ähnlich waren. Konkurs. Ihre finanziellen Schwierigkeiten begannen Anfang der 1990er Jahre mit einer stürmischen Reihe von Ereignissen rund um den Kauf der Stadt Brazelton in Georgia. Der Erwerb von Brazelton war Teil eines größeren Plans für eine beträchtliche Entwicklung in der Region. Diese Entscheidung hatte jedoch unvorhergesehene Auswirkungen für die Einheimischen, wie Zen Bee für Tom Brown, einen langjährigen Mitarbeiter eines Eisenwarengeschäfts in Brazelton, der nach der Übernahme durch Basinger entlassen wurde. Carol Clark, die Präsidentin der örtlichen Bank, war eine weitere Einwohnerin, die ihren Arbeitsplatz verlor, als die Bank im Rahmen von Basingers Konkursverfahren versteigert wurde. Basingers finanzielle Probleme rührten von einem langwierigen Vertragsstreit und einem Konkursverfahren mit der Produktionsfirma Mainline Pictures her. Diese juristischen Verwicklungen wirkten sich nicht nur auf Basinger aus, sondern auch auf Leute wie Mark Booth in Kalifornien, der noch Geld für Gartenarbeiten schuldete, die er in Basingers Haus erledigt hatte. Die Gegenüberstellung von Basingers nach wie vor opulentem Lebensstil und den langen Wartezeiten für Gläubiger, um ihr geschuldetes Geld zurückzuerhalten, war eine der offensichtlichsten Ironien des Konkursverfahrens. Trotz ihrer finanziellen Schwierigkeiten pflegte Basinger einen extravaganten Lebensstil und gab enorme Summen für Kleidung, Haustiere und sogar für die Versorgung ihres Ex-Mannes Alec Baitwin aus. Der Konkursfall wirft auch ein Licht auf den von Konkursgerichten gewährten Schutzschild, der in bestimmten Fällen als Waffe eingesetzt werden kann. Basingers Fähigkeit, gegen einen hohen Schiedsspruch Berufung einzulegen, ohne eine teure Kaution zu hinterlegen, brachte kleinere Gläubiger wie Mark Booth in Gefahr. Das komplexe Gerichtsverfahren und die finanziellen Schwierigkeiten wirkten sich nicht nur auf Basingers Leben aus, sondern auch auf das Leben der Einwohner von Brazelton und anderer Gläubiger. Die Stadt, die einst als mögliches Touristenziel geplant war, wurde in ein Konkursverfahren verwickelt und ihre Zukunft wurde immer fragwürdiger. Der Rechtsstreit zwischen Basinger und Mainline Pictures brachte alle Beteiligten in finanzielle Bedrängnis. Die Anwaltskosten beliefen sich auf über drei Millionen Dollar und die Gläubiger, darunter Mark Booth, hatten Schwierigkeiten, ihr Geld zurückzubekommen. Kleinere Gläubiger, die bei Konkursverfahren häufig das Nachsehen hatten, kämpften darum, auch nur ein Viertel der ihnen geschuldeten Summe zu erhalten. In den 1980er und 1990er Jahren änderte sich die Konkurslandschaft in den Vereinigten Staaten dramatisch und die Zahl der Konkursanträge nahm zu. Basingers Fall verdeutlichte die Schwierigkeiten der ungesicherten Gläubiger, die häufig nur ein Prozent ihrer Forderungen erhielten, was die Unzulänglichkeiten des Konkurssystems unterstrich. Der Weg von Basinger in den Konkurs führte über unerwartete Wendungen einschließlich eines Wechsels von Kapitel 11 zu Kapitel 7 Konkurs. Die Umkehrung des juristischen Triumphs von Mainline Pictures trug zur Ungewissheit bei und eröffnete die Aussicht, dass Basinger in einem neuen Prozess nichts an das Studio zu zahlen hätte. Die Bürger von Brazelton, die sich zunächst über den Kauf der Stadt durch Basinger gefreut hatten, fanden sich durch die juristischen Schwierigkeiten in einer schwierigen Situation wieder. Die großen Absichten für die Stadt blieben unerfüllt und ihre Zukunft wurde ungewiss, als sie in Basingers finanzielle Probleme verwickelt wurde. Kim Basingers Leben hat in den letzten Jahren einen hohen Tribut an ihre Gesundheit gefordert. Angstzustände, Agoraphobie und Panikattacken beeinträchtigten ihre Fähigkeit, beruflich tätig zu sein. Außerdem wurde sie Opfer eines von Bernie Mardoff durchgeführten Schneeballsystems, das zu erheblichen finanziellen Verlusten führte. Basingers öffentlichkeitswirksame Scheidung von Alec Baldwin trug zu ihren finanziellen Schwierigkeiten bei, wobei die kostspieligen Anwaltskosten sie zu einer der teuersten Scheidungen Hollywoods machten. Die Auswirkungen der Scheidung in Verbindung mit langwierigen Sorgerechtsstreitigkeiten schadeten sowohl ihrem öffentlichen Image als auch ihren Berufsaussichten. Trotz der finanziellen und persönlichen Schwierigkeiten hat Basinger ihre Privatsphäre gewahrt. Gerüchte über Schönheitsoperationen hielten sich hartnäckig, aber sie hat sich dafür entschieden, diese nicht offen anzusprechen und sich stattdessen auf ihr Engagement für natürliche Schönheit zu konzentrieren. Ireland Baldwin, ihre Tochter, hat das natürliche Aussehen ihrer Mutter verteidigt und sie dafür gelobt, auf Botox und andere Hautbehandlungen zu verzichten. Familiäre Probleme Eine komplizierte Geschichte, die sich über viele Jahrzehnte erstreckt, wird anhand der Dynamik von Kim Basingers Familiengruppe erzählt. Obwohl sie sich 1980 scheiden ließen, heirateten ihre Eltern offiziell 1948 und blieben bis 2016 verheiratet. Sie waren bis 2016 verheiratet. Obwohl sie in den letzten 36 Lebensjahren ihres Vaters nur wenig Kontakt zueinander hatten, haben sie sich nie scheiden lassen, im Gegensatz zu den Gerüchten, die darüber kursierten. Mitte der 1990er Jahre war die Beziehung zwischen Basinger und ihrer Mutter Anne, sowie dem Großteil ihrer vier Geschwister stark zerrüttet. Bei ihrer zweiten Hochzeit, die 1993 stattfand, waren nur ihr Vater Don und ihre jüngste Schwester Ashley anwesend. Diese Tradition setzte Basinger auch bei ihrer Dankesrede bei der Oscar-Verleihung 1998 fort, als sie sich lediglich bei ihrem Vater und ihrer Schwester bedankte. Wie kompliziert die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihr weiterhin ist, zeigt die Tatsache, dass die Entfremdung zwischen ihnen bis zum Jahr 2002 anhielt. Im Jahr 2015 gab es jedoch einen Hoffnungsschimmer, dass es zu einer Versöhnung kommen könnte. Im Rahmen eines Exklusivinterviews mit Radar Online sagte Anne, dass Kim Weihnachten in Georgien verbringen wird, was darauf hindeutet, dass sich das enge Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zu entspannen beginnt. Auszeichnungen. Mehr als 50 Film- und Fernsehprojekte gehören zu ihrem beeindruckenden Portfolio, das ihre Anpassungsfähigkeit und ihre langjährige Präsenz in der Hollywood-Branche unter Beweis stellt. Nachdem sie für ihre Rolle in The Natural eine Nominierung für den Golden Globe in der Kategorie Beste Nebendarstellerin erhalten hatte, wurde Basinger für ihre außergewöhnlichen Leistungen in dem Film ausgezeichnet. Dieses Ereignis war ein entscheidender Moment in ihrer Karriere, da es ihre Fähigkeit unter Beweis stellte, fesselnde Leistungen zu erbringen, die sowohl das Publikum als auch die Kritiker in Ehrfurcht versetzten. Dass sie in der Lage war, in Ensemble-Besetzungen aufzublühen, zeigte sich daran, dass das National Board of Review sie mit einem Ensemble-Award für ihre Leistungen in dem Film Pratt-A-Porter auszeichnete. Die fantastische Leistung, die Basinger in dem Film L.A. Confidential bot, war die Krönung ihrer Karriere. Für ihre Leistung in diesem Film wurde sie nicht nur mit dem renommierten Academy Award ausgezeichnet, sondern auch mit dem Golden Globe Award, dem British Academy of Film and Television Arts Award, dem Screen Actors Guild Award und dem Southeastern Film Critics Association Award für die beste Nebendarstellerin. Das erstaunliche Talent, das sie hatte, wurde durch diesen begehrten Preis anerkannt, der ihre Position als eine der prominentesten Schauspielerinnen in der Branche festigte. Aufgrund ihrer Leistung In the Door in the Floor wurde Basinger von der Boston Society of Film Critics für den Preis als beste Schauspielerin nominiert. Diese Nominierung zeigt, dass Basingers Beitrag zur Filmindustrie über die allgemeine Anerkennung hinausging. Die Bandbreite ihres schauspielerischen Talents zeigt sich darin, dass sie in einer Reihe von Rollen und Genres erfolgreich sein konnte, was ihre Auszeichnung besonders bemerkenswert macht. Ihre Verdienste um die Filmindustrie wurden mit Nominierungen bei prominenten Veranstaltungen wie den People's Choice Awards, den Saturn Awards dreimal und den MTV Movie Awards viermal gewürdigt. Diese Nominierungen verdeutlichen den Umfang und die Bedeutung ihrer Beiträge zur Filmindustrie. Der angesehene Hollywood Walk of Fame ehrte Kim Basinger mit der Verleihung des Titels Motion Picture Star in Anerkennung ihres bleibenden Vermächtnisses und der Beiträge, die sie ihr ganzes Leben lang im Bereich der Filmkunst geleistet hat. Diese anschauliche Auszeichnung bestätigt ihren langjährigen Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie und zeugt von den bedeutenden Leistungen, die sie im Laufe ihrer Karriere erbracht hat. Aktivismus Kim Basinger ist nicht nur eine glühende Verfechterin der Tierrechte, sondern auch eine begeisterte Vegetarierin. Die Tatsache, dass sie sich aktiv an einer Vielzahl von Initiativen beteiligt, die versuchen, das Bewusstsein für den ethischen Umgang mit Tieren zu schärfen und zu fördern, ist ein Beweis für ihre Hingabe an diese Anliegen, zusätzlich zu der Tatsache, dass sie eine erfolgreiche Karriere in der Unterhaltungsindustrie gemacht hat. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass Basinger sowohl ihre Stimme als auch ihr Aussehen dem Kampf gegen Pelz geliehen hat, indem sie in überzeugenden PETA-Werbungen mitwirkte. Dadurch hat sie einen Beitrag zur Diskussion über die ethischen Folgen der Verwendung von Pelz in der Mode geleistet, was die Öffentlichkeit dazu veranlasst hat, ihre Entscheidungen zu überdenken. Darüber hinaus hat Basinger ihr Engagement über den Bereich der Mode hinaus ausgeweitet, indem sie einen Werbespot für Farm Sanctuary, eine Organisation die sich für den Schutz von Nutztieren einsetzt, erstellt hat. Mit ihrem Projekt sprach sie in erster Linie die Probleme von in Not geratenen Nutztieren an, machte auf deren Notlage aufmerksam und setzte sich für deren Behandlung ein. Im Rahmen dieses Engagements wurden auch gesetzgeberische Maßnahmen in Betracht gezogen. In Zusammenarbeit mit anderen Personen war Basinger an der Ausarbeitung eines Gesetzes zum Schutz von Nutztieren beteiligt, die an Krankheiten oder Behinderungen litten. Wie wichtig Basingers Arbeit für den Gesetzgeber war, zeigt die Tatsache, dass der kalifornische Gouverneur Pete Wilson diese Maßnahme unterzeichnete, die einen wichtigen Schritt zum Schutz der Rechte und des Wohlergehens von Tieren darstellt. Basinger setzt sich über die nationalen Grenzen hinaus aktiv für die Rechte der Tiere auf der ganzen Welt ein. In einem Interview mit dem Samaritan-Magazin im August 2018 wies sie auf die erschreckende Kommerzialisierung von Hundefleisch hin, die in einigen Regionen Asiens immer noch weit verbreitet ist. Mit diesem Interview wollte Basinger auf die Qualen aufmerksam machen, die Hunde erleiden, die in diesen Handel verwickelt sind und sich für eine Gesetzgebung einsetzen, die solchen Vorfällen Einhalt gebieten würde. Basingers großes Interesse am Tierschutz ist ein Beweis für ihr Engagement, die Welt zum Guten zu verändern. Ob durch aktive Teilnahme an Anti-Pelz-Kampagnen, Gesetzesinitiativen zum Schutz von Nutztieren oder weltweite Aufklärungsprogramme, sie hat ihre Position genutzt, um denen eine Stimme zu geben, die keine haben. Wie geht es für Kim weiter? In den frühen 2000er Jahren nahm Kim Basingers Karriere eine unerwartete Wendung, als die Euphorie um ihre Berühmtheit allmählich abnahm. Es blieb die Frage offen. War es nur eine Frage der persönlichen Vorliebe, dass sie ihr Arbeitspensum reduzierte? Hatten die Hollywood-Produzenten ihren Schwerpunkt verlagert und suchten nach neuen Talenten und Geschichten, die sie erzählen konnten? Vanity Fair führte 2013 ein Interview mit Basinger, in dem sie über ihre Karriere in Hollywood sprach. Sie bedankte sich für ihre Langlebigkeit in diesem Beruf und beklagte gleichzeitig die Unberechenbarkeit der Branche. Sie gestand, ich habe wirklich Glück gehabt, denn ich lebe schon so lange. Basinger hat Vorbehalte gegenüber der Fassade, die Prominente aufsetzen, obwohl er ein leidenschaftlicher Verfechter der kreativen Freiheit ist. Obwohl ich kein großer Fan davon bin, über den roten Teppich zu laufen, sagte sie, dass ich meine Arbeit mag. Während des Gesprächs sprach die Schauspielerin über ihre Probleme mit Agoraphobie und Angstzuständen und gab Einblicke in ihre persönlichen Probleme, die ihren Ansatz bei der Entwicklung ihrer Karriere beeinflusst haben. Die Fähigkeit, mit psychischen Problemen umzugehen, ohne zu Drogen oder Substanzen zu greifen, wurde zu einer wichtigen Fähigkeit. Jetzt stehe ich auf und habe Freude am Leben. Ich wollte nicht für den Rest meines Lebens auf Drogen angewiesen sein. Es war ihre Erklärung, dass sie sich all dem stellen wollte, wovor sie Angst hatte. Trotz der Tatsache, dass Basingers Privatleben mit Schwierigkeiten behaftet war, vor allem ihre aufsehenerregende Ehe mit Alec Baldwin, stand ihr unerschütterliches Engagement für ihre Tochter Eiland im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Trotz der Tatsache, dass die zehnjährige Ehe des Paares gescheitert war, entschied sich Basinger dafür, ihrer Tochter ein stabileres und friedlicheres Umfeld zu bieten, obwohl ihre Familie in Aufruhr war. Dieses Engagement spielte eine Rolle bei ihrer Entscheidung, das Rampenlicht zu meiden, um Irland vor den unerbittlichen Blicken der Öffentlichkeit zu schützen. Obwohl Basinger sich bewusst bemühte, seine Verpflichtungen zu reduzieren, zog er sich nie ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte war sie sowohl im Fernsehen als auch im Kino ständig präsent. Sie hat in einer Vielzahl von Projekten mitgewirkt, von Indie-Filmen bis hin zu Blockbuster-Hits wie Fifty Shades Darker, Eight Mile und Charlie's St. Cloud, um nur einige zu nennen. Zusätzlich zu ihrem Beruf als Schauspielerin entwickelte Basinger während ihrer Arbeit ein Interesse am Schreiben von Kinderbüchern. Dieses kreative Ventil bot ihr nicht nur die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, sondern diente ihr auch als eine Art persönliche Therapie für ihre Emotionen. Als sie über ihre Liebe zum Schreiben sprach, sagte sie, dass sie und ihr Partner viel Zeit auf Hawaii verbrachten, was unser Lieblingsreiseziel auf der ganzen Welt ist. Was das Schreiben angeht, so war ich schon immer leidenschaftlich bei der Sache. Aber heutzutage bin ich mehr und mehr dabei. Besonders bei Kinderbüchern. Basinger ist nach wie vor begeistert von Unternehmungen, die sie interessant findet, auch wenn sie manchmal Trost in der Natur sucht. In einem Interview mit dem Magazin Vulture, das 2021 erscheinen wird, sagte sie, dass es ein großes Glück ist, in dieser Position zu sein. Man bekommt sein ganzes Leben lang Angebote. Sie haben nie aufgehört und ich bin überglücklich, ankündigen zu können, dass ich in Kürze wieder auf der Leinwand zu sehen sein werde. Diese Ankündigung unterstreicht nicht nur ihre anhaltende Leidenschaft für die Kunst, sondern auch ihre bevorstehende Rückkehr auf die große Leinwand. Dieses Video hat Ihnen hoffentlich Spaß gemacht. Wenn wir uns wiedersehen, dann sehen wir uns wieder, wenn wir...